Leid Entgegengehen Schön sind dir unseren Hotspots dabei. Ich bin in einer Prilogie zum Thema Leid. Und das Thema heute ist Leid Entgegengehen. Wir haben letztes Mal angeschaut, in der ersten Session, die ich gemacht habe, Leid Verstehen. Wie kannst du vom christlichen Glauben her Leid überhaupt einordnen? Jetzt geht es darum, wie kannst du dich auf Leid vorbereiten? Leid Entgegengehen. In den 90er, 80er Jahren ist ein gutgekleideter Mann in ein Maklerbüro gegangen in Neuengland, in Amerika und hat den Chef verschossen. Wir haben sehr schnell herausgefunden, dass der Mann am Tag vorher vom Mann, den er verschossen hat, gekündigt wurde. Und wir haben alle gefragt, seine Arbeitskollegen, seine Freunde, seine Familie. Und alle haben gesagt, dass so ein freundlicher, zuvorkommender Mann war. Sie können sich nicht vorstellen, wie er zu so einer Gewalttat bereit hätte sein sollen. Der Punkt ist, wenn Leid dich überrollt, dann kannst du nicht mehr gerade ausdenken. Und ein Bild von Leid ist das von einer Flut, die in einer Welle kommt. Und ich schaue heute zwei Dämme an, die du in deinem Leben aufbauen kannst, dass das kanalisiert wird. Dass wenn die Flut kommt, dich nicht völlig wegschwemmt, sondern dass es einen Knar gibt. Zwei Dämme möchte ich anschauen. Und ich möchte das an einem Text festmachen. Das ist der zweite Text im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, der speziell auf Leid schaut. Gut, es gibt nur zwei, und das ist der zweite, der steht so in 1. Petrus 1, 5-7, da steht, Die ihr durch Gottes Macht, durch den Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit ist, dass sie offenbar werde, zur letzten Zeit. Darin jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, traurig seid, in mancherlei Leiden, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch das Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist der Text und ich möchte zwei Sachen anschauen. Erstens Sicht auf Leid und zweitens Sicht auf Gott und dann die zwei Dämme. Erstens also Sicht auf Leid. Ich habe das chinesische Zeichen für Krisen genommen. In Mandarin heisst das Weiqi. Genau, und es besteht aus zwei Zeichen, die jeder für sich eine Bedeutung hat. Und das erste Zeichen, das bedeutet Gefahr. Eine Krise, Leid ist immer eine Gefahr in deinem Leben. Aber das zweite Zeichen im Chinesischen bedeutet eigentlich Maschinen oder auch Chancen. Also du gehst wie eine Maschine durch Gefahr durch. Das bedeutet, du hast eine Chance. Leid hat keinen Sinn, aber du gibst ihm einen Sinn. Und das ist das christliche Verständnis dafür. Leid ist immer schlecht, ist immer ein Fremdkörper in unserem Leben. Aber es ist immer eine Chance. Und auf das heraus will unser Text, weil er sagt interessanterweise, darin jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, traurig seid in mancherlei Leiden. Und das ist etwas fast sarkastisches, fast, hä? Er sagt jubelt, wenn ihr im Leiden seid. Aber interessant ist, wenn wir genau hinschauen, er sagt jubelt, auch wenn ihr traurig seid. Das bedeutet, und wenn du genau überlegst, das Gegenteil von Jubeln ist nicht Traur, sondern Hoffnungslosigkeit. Leid? Du hast keine Sicht mehr. Und die Frage ist, wie siehst du Leid? Die Sicht auf Leid? Und alle Kulturen haben eine Antwort darauf gegeben, wie sie Leid sehen. Und ich möchte das mit euch anschauen. Und zwar, das Erste gibt es die moralistische Sicht. Die bedeutet, Leid ist eine Strafe. In Reihenform kommt es vielleicht in der Karma-Lehrform im Osten, wo es heisst, du arbeitest die Folgen von deinem vorhergehenden Leben im jetzigen Leben ab. Das heisst, Leid ist wie fast ein Pädagoge. Es ist schon fast etwas Gutes geworden. Du arbeitest dich so weit, bis du zur Erlösung, zur Moksha kommst. Das ist moralistische Sicht. Leid ist eine Strafe. Aber es ist in diesem Sinne eigentlich gut, weil es läutet dich. Es geht weiter. Das Zweite ist die fatalistische Sicht. Die heisst, das Schicksal oder zum Beispiel im Islam, der Wille von Gott hat dir Leid aufzwungen. Und du musst das heldenhaft, ehrenhaft annehmen und dich emporarbeiten. Das heisst, Leid ist eine Prüfung und es will dich vorwärts bringen. Dann gibt es die säkulare Sicht. Das ist in unserem Westen der Fall, wo man gottlos geworden ist, säkularisiert, also ohne Religion, ohne Gott. Und dort sagt man, Leid ist einfach Leid. Evolutionstheoretisch gehört es dazu. Es trifft dich. Es ist immer da. Aber das ist ein Problem. Weil das ist, was Bertrand Russell sagt, eine säkulare Sicht führt zur starren Verzweiflung der Seele. Er selber ist Mathematiker, er ist Religionskritiker und er sagt, selbst die Sicht, die er selber vertritt, ist eigentlich eine reine Verzweiflung. Und da kannst du fragen, wer du willst, kannst du Franz Kafka fragen, Albert Camus, Jean-Paul Sartre oder Richard Dawkins. Dawkins selber sagt, es ist mitleidlose Gleichgültigkeit. Leid ist einfach da. Jetzt aber der höchste Sinn des Lebens im säkularen Denken, also wenn es Gott nicht gibt, ist die Vermeidung von Leid. Das heisst, das Einzige, was wir machen, ist, wir müssen uns anstrengen, Leid zu vermeiden, weil es geht um ein glückliches Leben. Das heisst, die säkulare Sicht sucht Erlösung auch, aber in Form von einer Technik, wie alle anderen Positionen. Und jetzt gibt es die christliche Sicht. Was sagt der christliche Glaube? Und jetzt denkst du vielleicht, dass ich sage, im Christentum ist alles anders. Aber interessant ist, es ist überhaupt nicht so, sondern alle Kulturen haben einen Anteil von dem, was der christliche Glaube über Leid sagt. Aber im Unterschied zu der moralistischen Sicht sagt der christliche Glaube, Leid ist schlecht. Es ist nicht etwas Tugendhaftes, es ist nicht ein Pädagog. Leid ist schlecht, es ist Abgrund, es ist ein Fremdkörper in unserem Leben. Wir sträuben uns, wir wissen, wir haben eine Sehnsucht danach, dass Leid nicht zu uns gehört. Wir haben eine Sehnsucht nach einem Ort, wo es kein Leid mehr gibt. Das ist uns verankert. Im Unterschied zu der fatalistischen Sicht ist Leid nicht etwas Heldenhaftes, es ist nicht Ehrenhaft. Im Unterschied zu der säkularen Sicht sagt der christliche Glaube, Leid bekommt Sinn. Leid ist nicht sinnlos. Es hat selber keinen Sinn, aber es gibt einen Sinn, den Gott einem Leid gibt. Und was der christliche Glaube sagt, ist, Leid ist in Gottes Hand. Leid ist in Gottes Hand. Jedes Leid, das du erlebst in deinem Leben, du musst wissen, dass ein Damm ist in Gottes Hand. In der frühen Kirche gab es einen Spruch, weil die Christen überall verfolgt wurden. Und es heisst, Christen haben einfach besser gelitten und sind besser gestorben. Und Luc Ferry, er ist selber nicht religiös, er sagt in seinem Kapitel, wo er schreibt, der Sieg des Christentums, einer der Hauptgründe, dass das Christentum entstanden ist, war ihre Sicht auf Leid. Wie sie Leid verstanden haben. Und das ist ja interessant, wenn du heute nach Wuhan gehst, dort wo die Corona-Epidemie entstanden ist. Die Christen haben vor dem Lockdown im Februar einfach eine Maske verteilt. Sie haben Support gegeben, Leute, die nichts hatten. Und was ist passiert? Anfang Februar wurde das neue Religionsedikt von der Kommunistischen Partei herausgegeben, dass sie innerhalb von fünf Jahren in allen Kirchen vorgegeben, die Predigten halten, dass sie die Kreuz ersetzen und abhängen müssen. Sie sind verfolgt worden, Christen in Wuhan. Sie sind gefangen genommen worden, sie sind ins Gefängnis geworfen worden, weil sie helfen wollten. Wieso? Sie hatten eine Sicht auf Leid, wo sie sagten, wir jubeln im Leid, trotz Trauer. Das Gegenteil von Leid ist nicht Trauer, sondern Hoffnungslosigkeit. Und die Christen hatten Hoffnung und es wurde ausgedrückt in dieser Aussage jubelt. Die Sicht, sagt der christliche Glaube, kommt auf diesem Hintergrund. Auf der einen Seite sagt der christliche Glaube, Leid ist schlecht. Leid hat keinen Sinn. Aber Leid ist in Gottes Hände. Und so kann Gott dem Leid Sinn geben. Aber das Erste ist, Leid ist schlecht. Das Zweite, was aber der christliche Glaube sagt, ist, dass Gott in Jesus in die Welt gekommen ist, ein irdischer Leib hat angenommen. Es ist Bejahung der Materie. Es ist Bejahung der Existenz, in der wir leben. Aber es heisst, dass Jesus Schmerzen und Leiden und sogar am Tod ausgesetzt wurde. Er hat alles auf sich genommen. Alles, was wir tragen, mit uns nennt. Und die Flut hat ihn überrannt und überschüttet und er ist vernichtet worden. Aber nach drei Tagen heisst es, er ist auferstanden. Und darin steckt die Hoffnung, die das Jubeln mitbringt. Dass der christliche Glaube sagt, auch wenn es so unwahrscheinlich mag scheinen, wie es klingt, dass am Ende der Zeit Gott eine neue Welt wird schaffen, in der es kein Leid mehr gibt. Und wenn du ganz ehrlich bist, nach dem sehnst du dich. Das ist unsere Vorstellung, die wir haben. Und das steht so in Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen, denn alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Alles, was wir haben, ist nur das Erste. Die Christen sagen, es ist nicht eine Weltflucht. Die Hoffnung auf die zweite Welt, auf die Ewigkeit. Es ist die Bejahung der Materie, in der wir jetzt leben. Und es gibt eine Hoffnung, worum wir jetzt helfen gehen. Wieso die ersten Christen sind gegangen und haben die Mädchen, die man ausgesetzt hat, wie man gesagt hat, eine Mädchen ist maximal für eine Familie, haben sie eingesammelt. Sie haben Weisenhäuser gemacht. Das ist der Grund, wieso sie in China, wo sie verfolgt werden, wissen wir, wir kommen ins Gefängnis heute, gehen helfen. Man weiss davon, dass Leute sich mit Corona angesteckt haben, wegen dem, wie sie geholfen haben und sind gestorben. Wie sie sagen, wir haben eine Hoffnung, trotz Trauer. Wir jubeln in der Trauer. Denn wir haben eine Hoffnung. Der erste Darm, den du im Leben bauen musst, wie du dich vorbereiten kannst auf Leid ist, Leid ist in Gottes Hand. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und wenn dieser nicht festgehalten ist, dann hast du Probleme mit gewissen Bibelaussagen. Und ich weiss, es wird oftmals gesagt, ich begegne Leuten, die sagen mir, Gott hat nichts mit Leid zu tun. Das ist nicht seine Kategorie, nicht sein Aufgabenbereich. Aber das kommt nicht biblischen Aussagen gerecht. Und zwar, Amos 3, Vers 6, da steht, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Das ist eine rhetorische Frage und bedeutet, Gott macht sogar jedes Unglück. Noch krasser, die Hiob, der Inbegriff von Leid, der alles verliert, der selber Schmerzen bekommt, alles verliert, sagt, das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Es bedeutet nicht, dass Gott Böses tut. Denn der Inbegriff von Gott ist Liebe. In allem, was er tut, ist er Liebe. Es gibt nichts Ungerechtes an ihm. Aber es bedeutet, Gott steht über dem Bösen. Böse ist nicht eine Gegenmacht zu Gott, sondern es ist in seiner Hand. Und ich merke, Christen liebes Leid wegzubeten. Und ich merke, hör auf, Leid wegbeten. Du Leid durchbeten. Wir müssen nicht nur immer gegen Leid beten, sondern mit dem Leid beten. Und das durchbeten. Denn Gott hat es in seiner Hand. Und er hat es mir geschickt. So krass das mag scheinen, aber die Bibel braucht dafür einen Begriff. Und sie sagt immer wieder, es ist die Furcht vor Gott. Moderne Übersetzungen ausdeutschen, was das bedeutet. Furcht vor Gott. Es ist nämlich nicht Angst vor Gott, sondern eigentlich gerade das Gegenteil davon gemeint. Es ist eine Hochachtung. Die Ehr von Gott. Die Herrlichkeit von Gott. Die Faszination von Gott. Das ist Furcht von Gott. Das ist das Verständnis. Ehrfurcht. Oh! Das ist Begeisterung von ihm. Er steht über allem. Er darf alles. Er ist alles. Nicht ich sage Gott, was er machen muss. Es ist ein Damm in deinem Leben. Den musst du verankern, bevor du auf Leid gehst. Sonst ist es eine falsche Wahrheit. Sag das niemandem, der Leid getroffen hat. Du im Fall. Gott hat das geschickt. Das ist in Gottes Hand. So töd ist jemand emotional. Sondern du musst es dir vorbereitend sagen im Blick auf Leid. Das muss wie ein Damm sein in deinem Leben. Er hat alles in der Hand. Und er ist grösser. Und er bekommt alle meine Ehre. Egal was ist. Und interessant ist, auf genau das rausgeht dieser Text. Das sagt nämlich, zu Lob, Preis und Ehre. Darin jubelt. Gseh Gott in deinem Leid. Dass er erhaben ist. Dass er über allem steht. Und das ist ein Damm in deinem Leben. Manchmal nimmt Gott, was wir haben, um uns zu fragen, ob er alles ist, was wir wollen. Ein Mann, der seine Karriere verloren hat, hat Folgendes gesagt. Er hat schon immer gewusst, dass Jesus alles ist, was er braucht. Aber dann sagt er, um wirklich zu wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, weisst du erst, wenn Jesus alles ist, was du hast. Das heisst, wenn Jesus das nimmt, was wir haben, dann fragt er uns, ob er alles ist, was wir wollen. Schau, Jesus nimmt vielleicht dir deinen Job. Jesus nimmt dir vielleicht deine Gesundheit. Jesus gibt dir nicht etwas Neues. Jesus, du bist immer noch auf der Jobsuche. Du bist immer noch am Leiden. Es ist immer noch dran. Dann ist eine Frage. Ist Jesus alles, was du willst? Und da brauchst du diesen Damm. Herr Gott ist herrlich. Egal was ist. Er ist erhaben. Aber wird dieser Welt mal ein neues Gesicht und eine neue Gestalt geben. Und nach dem sehne ich mich. Das ist die Sicht auf Leid. Jetzt der zweite Damm. Sicht auf Gott. Leid hat keinen Sinn. Du kannst Leid keinen Sinn abgewinnen. Aber du kannst Leid einen Sinn geben. Und Gott gibt dem Leid Sinn. Das heisst, er gebraucht es, wie es in seiner Hand ist. Und er gibt es auf zwei Arten. Der Text sagt, die ihr durch Gottes Macht, durch den Glauben bewahrt werdet, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch das Feuer geläutert wird. Es sind zwei Bilder. Und es sind zwei verschiedene Aussagen. Er bewahrt und Gott bewährt. Durch Leidungen. Das erste ist aus dem militärischen Bereich ein Wort. Nämlich er bewahrt. Es ist die Szene von einem Krieg, der herrscht. Und Gott bewahrt dich. Er geht rundherum. Und das zweite Bild kommt aus der Werkstatt. Nämlich vom Lüttrigsprozess von Gold. Wenn du Gold gereinigt hast, hast du das Feuer getan. Und es ist bewährt worden. Das heisst, es ist das Gold herausgekommen. Die Schlacken sind weggegangen. Das sind die zwei Bilder. Das erste Bild ist also das aus dem Krieg. Wenn du im Leid bist, das eine, was Gott macht, ist, er nimmt nicht Leid weg, sondern bewahrt dich im Leid. Und das Bild ist das von einem Wächter, der um die Stadt im Krieg herumgeht. Und du siehst ihn nicht. Der Wächter geht in der Nacht herum. Du siehst ihn nicht. Und Gott ist oftmals so so, du siehst ihn gar nicht. Aber er ist da. Er bewahrt dich. Er bewacht dich. Auch wenn er nicht da ist. Im Leid ist es immer so. Und das musst du dir merken, wenn du Leid entgegen gehst. Du wirst Gott nicht mehr spüren. Es gibt falsche Wahrheiten dann. Du wirst zwar sagen, ja im Kopf verstehe ich das schon. Aber ich spüre es in meinem Herz nicht. Weil dann kommen die Wassermassen, die überfluten. Es reisst dein Leber auseinander. Kopf und Herz reisst es auseinander. Und dann weisst, und es gibt einen Damm. Auch wenn die Wasser darüber fluten. Und das heisst, Gott bewahrt mich. Er nimmt mich da durch. Du musst das Leid nicht nur wegbeten, sondern du musst es durchbeten. Du musst mit dem Leid beten. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Die ganze Zeit betet. Weisst du, ein Freund von mir hat gesagt, auf das Leid, das er erlebt hat. Und er selber ist Prediger. Schau, ein Musiker, wenn Leid ihn trifft, schreibt er Lieder. Ein Künstler, wenn Leid ihn trifft, malt er Bilder. Ein Prediger, wenn Leid ihn trifft, dann predigt er. Du musst auf deine Art mit Leid umgehen. Du musst mit dem Leid beten. Auf deine Art und Weise. Aber Gott bewahrt dich immer. Immer. Weisst du, immer. Er ist immer da. Er bewahrt das eine, was Gott macht. Gewisse sagen mir, ja Mathis, wenn du einfach genug glaubst, dann schickt Gott kein Leid. Aber das ist Wohlstandsevangelium. Das hat nichts damit zu tun. Das Leid ist immer ein Fremdkörper in unserem Leben. Und weisst du was? Die Todesquote ist nach wie vor 100%. Einmal pro Leben trifft es dich. Es ist einfach so. Da kannst du noch so gläubig sein. Da kannst du noch so viel an Gott glauben. Das eine, was Gott macht, ist einfach, er bewahrt dich. Das zweite, was Gott macht, er bewährt. Und das ist ein Bild aus der Werkstatt, wo Gold gereinigt wird. Das heisst, Gott legt etwas in dein Leben ein Hitze, Feuer, um etwas herauszuholen. Gott will das Beste aus dir holen. Er will dein Gold herauszuholen. Und das macht er mit dem Leid in deinem Leben. Das heisst, nicht Leid macht etwas mit dir, sondern Gott macht mit dem Leid etwas für dich. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, und das ist meine Bibelstelle. Ja, das ist so wie, du kannst Land auf dem Mond kaufen und Sterne kaufen, aber diese Bibelstelle habe ich gekauft. Das ist mein Bibelvers. Und da steht in Römer 8, Vers 28, Wir wissen aber, es steht auch nicht, wir fühlen es. Es steht auch nicht, wir verstehen es. Sondern wir wissen oder wir nehmen in unserem Leben wahr, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten verarbeitet. Und denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe den Text mal wörtlich übersetzt. Du kannst mal in den verschiedenen Übersetzungen schauen. Aber die Aussage, die der Text nach dem griechischen Original macht, ist, Gott verarbeitet alles in meinem Leben zum Besten. Er braucht es. Er verarbeitet das. Er gibt dem Leid Sinn in deinem Leben. Auf die lange Sicht wirst du das erleben. Für mich ist das ein Beispiel, was da heisst, oder? Stell dir einen Hefen vor. Ja, hast du das Bild? Schau, hast du eine Hefe schon mal gegessen? Oder? Hast du es schon mal probiert? Und dann denkst du, oh meine Güte, das habe ich nicht geübt für die Predigt. Aber es ist spott hässlich. Es ist Leid in Hefeform. Es ist schlecht. Ich blähe schon fast auf. Aber was ist, oder? Hast du schon mal mit Hefe dekoriert? Oder hast du Hefe schon mal angeschaut und gedacht, wow, mega, mega, wunderbar. Ich bin unendlich berührt. Also es tut mir leid, es gibt Künstler, oder? Sorry Sarah, die machen das vielleicht. Aber Hefe an sich hat keinen substanziellen Mehrwert für mein Leben. Aber was ist, wenn du Hefe nimmst und mit Mehl mischst? Weisst du, hast zuerst mal einen riesen Dreck in den Händen. Und ich ziehe immer den Fingerring ab. Ja, in einem Moment in meinem Leben bin ich immer nicht geheiratet. Das ist, wenn ich Teigzopf mache, oder? Es ist mega hässlich. Es bleibt alles zwischen den Fingerlegern kleben. Du machst eine riesige Pampen. Du wirst Mehl und Wasser noch dazu. Und Eier kommen, wenn du einen Zopf machst. Und dann bringst du es in die Trochensauna rein, in den Ofen rein. Und es wird so richtig heiss. Aber die Hefe macht in dem etwas. Und am Schluss hast du einen wunderbaren Zopf. Und das ist das Bild von Römer 8, Vers 28. Gott verarbeitet alles in deinem Leben. Und macht so einen herrlichen Zopf. Alles was du machen musst, ist einfach, du gibst Gott dein Leid. Du gibst Gott deine Hefe. Und jetzt hier steht etwas Interessantes. Es heisst, alle Dinge. Weisst du was alle ist? Alle ist alle Dinge. Das ist all inclusive. Und das ist theologisch eine unendlich krasse Aussage. Weil der Christlich Glauben sagt, alle Dinge. Selbst deine Sünde. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo du weisst, es war falsch. Und es erdrückt dich. Und es ringt dich runter. Und du stellst dir vor, wie wäre ein Leben, ohne dass ich das gemacht hätte. Das kann irgendetwas sein. Es kann eine Abtreibung, die du gemacht hast. Es kann sein, ein Ehebruch. Es kann ganz einfache Sachen sein. Dass du geschlagen hast. In Worte oder emotional. Es kann sein, dass du hintergegangen hast. Irgendetwas und das nackt an dir. Es kommt immer wieder hoch in deinem Leben. Und weisst du was, warum es hochkommt? Es ist Gott dankbar, dass es hochkommt. Weil wenn du immer wieder in den Untergrund runterdrückst, irgendwann kommt es in Form von Kopfweh oder Schwindel oder Panik kommt es wieder raus. Aber es kommt hoch, damit du Gott gibst. Weisst du was passiert? Wenn du deine Sünde Gott gibst, dann verarbeitet er sie zum Besten in deinem Leben. Das heisst, Gott beamt dich an die Stelle in deinem Leben, wo du wärst, wenn du das nie gemacht hast. Und das ist Befreiung. Das ist Jubeln. Und jetzt verstehst du, Leiden ist eine Krise, aber es ist immer eine Chance. Ich habe immer gesagt, Corona ist nicht eine Gefahr, sondern es ist auch eine Chance. Ich möchte aufhören mit der Geschichte von Johnny Erickson Tada. Sie hat mit 18 Jahren einen Baderunfall gehabt. Sie hat einen Querschnitt genommen, sie kann die Ärmel nur noch bis zu einem gewissen Grad halten. Sie ist jeden Tag von ihrem Leben an den Rollstuhl gebunden. Sie hat angefangen zu malen mit ihrem Mund. Sie hat angefangen zu singen und 2003 ist sie nominiert worden, zum Oscar in der Kategorie Bestes Lied. Sie hat 35 Bücher geschrieben. Aber jeden Tag am Rollstuhl gebunden. Und sie glaubt an Jesus. Und sie sagt einmal, eines Tages werde ich durch die wunderbaren Wiesen laufen und hüpfen. Und sie redet davon, Neuhimmel, Neuerde. Und wenn ich noch 60 Jahre umherrollen muss, es ist nur für kurze Zeit. Eines Tages werde ich rennen. Ich würde es jederzeit vorziehen, mein Leben mit Gott in diesem Rollstuhl zu verbringen, als ohne ihn. Auf meinen Füßen. Ich freue mich darauf, diesen Rollstuhl einmal zusammenklappen und Jesus überreichen zu können. Ich werde dann aufrichtigen Herzens sagen, Danke, ich hatte ihn nötig. Was Johnny sagt, das ist unendlich krass. Sie sagt, Danke. Danke. Warum sie jetzt wo in ihrem Leben wollen? Sie sagt, Gott hat mir diesen Rollstuhl gegeben. Und lieber mit diesem Rollstuhl und Gott, als ohne Gott und ohne den Rollstuhl. Und sie sagt, Gott hat ihn mir in mein Leben eingegeben. Und ich habe Ehrfurcht vor Gott und ich nehme ihn an. Und sie sagt, ich habe ihn nötig gehabt. Ich möchte dich zu einer Challenge herausfordern. Weisst du, jetzt als Vorbereitung auf Leid, dass du Gott Danke sagst für das, was er wird schicken. Und vielleicht schaust du auf das Leid zurück, das du schon verarbeitet hast. Dann stehe hin und sag doch Gott mal Danke dafür. Nicht, dass das Leid schlecht war, sondern dass Gott das Leid in deinem Leben verarbeitet. Das war ein entscheidender Punkt von meinem Leben. Da habe ich mein Auge verloren mit 10 Jahren. Als ich irgendwann vor der Spiegel gestanden bin gegangen und ich sehe das immer. Ich sehe immer auf jedem Foto meinen Augenunfall. In jedem Moment in meinem Leben habe ich ein kaputtes Auge. Aber in diesem Moment hat mein Leben verändert, als ich hängengestanden bin und sagte, Gott, ich danke dir, dass dieser Augenunfall mir passiert ist. Nicht, weil er gut ist, sondern weil es du zum Besten in meinem Leben verarbeitest. mit der Winde. Das war ich dann, mit dem Leben schontratzen bist. Das ist jetzt gut eingeladen. Das war ich dann, Wo du dich in meinem Leben verfaschst. Ich habe dich in deinem Leben. das ist dann, in deinem Leben, Ich mache mir nicht, dass du dich in deinem Leben Untertitelung des ZDF, 2020